Schwer zu sagen, aber ich glaube, die vier Relegationsspiele, die ich bis jetzt gespielt habe, sowohl mit dem VfL Bochum als auch mit dem HSV, ich glaube, das waren schon sehr spezielle und besondere Spiele. Idol meiner Jugend Philipp Lahm und Michael Ballack fand ich schon immer sehr gut. Gesundheit, weil ich glaube, das ist das wichtigste Gut für jeden Menschen. Ja, Tribute von Panem, speziell der erste Teil, aber am Ende alle vier Teile, glaube ich. Schwer zu sagen, weil ich ja alle Musikrichtungen gerne höre, aber wenn ich eins sagen müsste, dann wäre es bestimmt, weil es auch meine Heimat ist, Grönemeyer mit Bochum. Wenn ich es mal essen darf, dann Kiribus Pommes. Ist immer schwer zu sagen, mein Zweittraumberuf war Pilot. Vielleicht wäre ich Pilot geworden und würde jetzt mit dem Flieger irgendwo Richtung Süden fliegen. Bis zum nächsten Mal.